Nach einem knappen 1 zu 0 Erfolg für die Eintracht beim Auftaktmatch auf der Playstation kam es auf der Xbox zum Aufeinandertreffen zwischen Marlott für den VfB Stuttgart und Snowgoogles für die Eintracht aus Frankfurt. Beide Teams trennten vor dem Spieltag nur wenige Punkte und dementsprechend eng ging es zu. Ein Platz unter den Top 6 für beide Teams auch am vorletzten Spieltag noch möglich. Und auch hier sollte ein einziger Treffer die Entscheidung bringen. Erst in der Schlussphase gelang Snowgoogles mit den dunkelgekleideten Frankfurtern der Siegtreffer zum 1 zu 0 durch Gacinovic. Im 2 gegen 2 zwischen Burak und Lukas für den VfB und Snowgoogles und Andi für die Eintracht sollte es dann deutlicher werden. Frankfurt wie gehabt in schwarz und rot von links nach rechts mit dem besseren Start. 39 Minuten waren gespielt und das Eintracht-Duo mit der Führung. Der Niederländer Bas Dost, der Torschütze. Und die Adler legten in der Folge nach. 57 Minuten war die Partie alt und dann dieser Treffer von Paciencia zur verdienten 2-0-Führung für die Hessen. Super Abschluss des Frankfurter Offensivmanns. Stuttgart kam einfach nicht richtig ins Rollen, die Frankfurter drückend überlegen. Dost bedient Paciencia und der schiebt nach 69 Minuten ohne Probleme zur 3-0-Führung ein. Drei Tore Vorsprung nach 70 Minuten. Alle Zeichen standen auf Sieg für die Eintracht. Den Frankfurtern mal anzumerken, dass sie unbedingt unter die Top 6 der Liga wollen. Snowgoogles und Andi ließen nicht nach. Das 4 zu 0 durch Silver die logische Konsequenz. Burak und Lukas kamen kaum zu Chancen, wurden in der Defensive ein ums andere Mal schwindelig gespielt und verteilten dann sogar noch Geschenke. Der VfB bekommt den Ball nicht weg, Frankfurts sagt Danke und Silver besorgt den 5 zu 0 Endstand. Herbert Dämpfer für Stuttgart im Kampf um eine Top 6-Platzierung. Drei Niederlagen und kein Tor am 20. Spieltag. Magere Ausbeute für die Schwaben. Frankfurt voll im Soll, perfekter Spieltag und jetzt mit 91 Punkten auf dem Konto. Ganz nah dran an den Top 6.